Hey den wunderschönen lieben Alia-Löwchen, welcome back to Alone in the Dark 2024. Ja, wir sind zurück mit Emily, die ausschaut, als hätte sie sich irgendwie ängstlich in die Hose geschissen und wird am Abschlussball stehen. So, und es tropft irgendwie von ihren Händen runter. Ich weiß nicht, warum sie so dasteht. Sieht ultra weird aus, ultra creepy. Aber ich überlege gerade, warum sind wir hier? Hier müsste man ja eigentlich sein. Okay, da hat er einen falschen Spielstand einfach geladen. Okay, das ist natürlich strange. Okay. Also das Game, ne? Okay. Dann geht's halt von hier weiter. Ich dachte aber eigentlich, dass wir hier schon waren. Sehr komisch. Es ist aber auch gerade ultra hell, ne? Anzeige. Sichtfeld, ne. Anzeige hier. Ist das wieder zurück, oder? Ne. Okay. Ja, das ist ein bisschen besser. Aber jetzt glaube ich, ist mir fast ein bisschen zu dunkel. Wie schaut's denn mit hier Ding aus? Wir können schon wieder nicht mal speichern. Da heißt, da kommt ja jetzt wieder irgendwas, oder? Mal so laut. Okay. Ja, der hat uns zurückgesetzt. Hier waren wir doch schon. Aber sieht wesentlich besser aus, so, ne? Sie geht irgendwie wie so ein Hobbit jetzt gerade. Weiß nicht, was los ist mit der Emily. Okay. Okay. Kurz für's Thumbnail. Für's Thumbnail. Da in der Soße waren wir ja schon drin. Ende der letzten Folge. Dann gehen wir jetzt einfach mal straight weiter. Ich muss links schauen, weil ich lag gerade was von meinen alten Dateien rüber. Dass die Ding, der Speicherplatz wieder frei ist. Ich muss dann das nächste schnell starten. Hohles Kreuz. Okay, ich mache auch ein Hohles Kreuz. Also, wie ich Horror Games komme, ist doch hier was. Okay. Ja, dann gehen wir mal weiter. Statt hier irgendwie so ein Buchrätsel oder so. Dann bestimmt, das müssen wir aufnehmen. Ah, wir können hier runter. So sollten wir das tun. Das ist nicht so gesund. Aber er speichert. Das heißt, das Game sagt uns jetzt, kommt dann gleich wieder irgendeine Scheiße, die uns killen könnte. Und im Gegensatz zu South Park, wo es keine Speicherpunkte gibt und du alles neu machen lässt, denkst du die Entwickler, hey, komm, wir müssen sie wenigstens nur von hier starten. Wir müssen bloß auf Nummer sicher gehen hier, dass da wirklich nichts ist. Aber es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Ah, es ist fertig. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Das nächste Lied auch. Was haben wir denn da? Wir lesen erstmal aus der Bibel. Die große Bibli. Schau hin, da ist die Bibli. Die Bibli. Die große Bibli. Die Bibli. Die Bibli. Okay. Die große Bibli, die endlich, wunderschön, 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 ein Akashic-Rekord für das Universum, in der Gemeinde von Jeremy Hartwood. Ja, gut. Ich wollte eigentlich eher auf Seite 2 klicken. Oh. Sorry. Dann bin ich wieder. Hallo. Hallo. Okay. Ah, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Oh. Ich frag mich, wer an solchen Orten hier immer Blut verliert. Ist das so ein... So ein Emancipationsding oder so? Äh, äh, cancel den! Der darfst du was nicht sagen. Okay, das wundert mich jetzt. Ich dachte eigentlich, hier ist was. Aber leider nichts. Oh, was haben wir denn da? Schöner Kelch. So ein Kerzenständer. Oder war es? Tja, dann gehen wir mal da oben hin, wo es brüchig war und runtergebröckelt ist. Ja klar, ne? Also, was sollen wir auch sonst machen? Äh, da rennt bestimmt wieder irgendeine Fickbocke rum, alter. 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 Safe, ne Fickbocke. Oh. So, muss man wieder selber machen. Ja. Was ist das? Das demarkierte, demaskierte Böse, Lanyab. Okay. Ah, drei von drei. Bullworship ist common throughout history. For Christians, this can be seen in Exodus when the Israelites turn to worship a golden calf in Moses' absence. This passage shows the people falling back to the worship witnessed in Egypt, known as the Hapes Bull. Another famous example is the Minoans on the island of Crete. Their worship of the bull gave rise to the myth of the Minitoris, the half-man, half-bull monster that reigned the labyrinth. But for this particular case, I think I should tell you about the deity Astarte, the Thorus constellation to life, to attack Gilgamesh. Even for a mythical hero, this celestial bull would prove difficult to defeat. Only by distracting the bull with a golden sail was Gilgamesh able to pierce an eye with the spear, which bled the bull to death. I can't scroll. Äh, ich kann nicht runterscrollen. Okay. Man kann... Jetzt kann man gar nicht mehr... Jetzt steht nicht mal mehr Scroll da. Na super. Okay. Ähm, haben wir noch irgendwo drei von drei? Ja. Ja, das haben wir ja schon. Okay. Das war dann das. Emily. Tu jetzt nicht so. Wir sind die ganze Zeit schon in Scheiße rumgelaufen. Dann ist doch das jetzt nix. Ah! Ich dachte, da können wir jetzt was wegnehmen für das andere Teil. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Scheißdinger bewegen, ne? Okay. Das ist nischt. Es ist immer eine super, super Idee, dass man hier Lampen dastehen lässt, damit auch jeder sieht, hey. Da geht was. Da hat jemand die aufgestellt. Haben wir dann hier. Hubertus Schlüssel. Schlüsselgegenstand. Jawohl. Nachdem der hängende Baum gebaut worden war, wurde sein Schlüssel an den Bibliothekar des Konvents Hubertus gegeben, um Cheremys dunkelste Geheimnisse von neugierigen Augen zu schützen. Okay. Okay. Musik. Wie wäre es, wenn du noch lauter bist, so? Alter! Alter! Habt ihr das gesehen? Alter! Man richtet sich selbst hin! What? Ich hab mich angesprokt. What? Okay, das ist krass. Bäh. Bäh, bäh, bäh. Alter, man richtet sich einfach selbst hin. Holy shit, ist das krass. Ist das krass. Dann laufe ich jetzt mal weiter. Vielleicht können wir vorher noch was anderes aufnehmen. Ah ja. Naja, aber gut zu wissen. So, Emily, komm. Oh nein. Oh nein. ah höfe lauf doch emily ich sehe nichts okay wir sind hier oben okay bro ich kriege nach gänsehaut einfach weil das creepy ist und die musik so komisch ist daneben was steht er hier macht er da gerade einen tanz oder was und geh weiter jawohl jawohl oh oh geh rund hello family love wo sind wir hin what wo sind wir denn hin ah einfach zu ihm hingelaufen okay ich bin gespannt wo sind wir denn jetzt hin wo ist er denn wo ist er denn lauf ems oh alter er ist slenderman er ist einfach slenderman er ist einfach slenderman er ist einfach fucking slenderman ah hier ist er kuckuck das können wir auch spawnt er gleich hinter uns pass auf ist er wieder weg okay okay wehe du spawns jetzt hier unten wehe du spawns jetzt hier unten okay okay also was ist er hier hey bro äh wir sind hier bro hallo hallo auf uns so einzustinken wir sind hier hey mr shadow alter er hat sich einmal in eine andere Richtung teleportiert mr shadow warum stehst du da hallo hey hey du hey du okay ach leute er packt fest ha 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 slendy wo ist slendy wenn man ihn braucht wir haben da ein neues problem äh mr shadow ich glaube sie sind verbuggt wenn du dich jetzt ganz schnell zu mir her teleportierst dann schreie ich ha 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 hi hi ah gespeichert ah wo müssen wir denn jetzt lang hier gehts auch nicht lang hä hä jetzt kann man hier durch hä jetzt kann man hier durch loll oh 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 nö hey bro was geht mr shadow ich habe mal eine frage was macht er da mit seiner hand was suchst du da was suchst du da wer macht da irgendwas hey jo ich glaube die suchen dich ich glaube das heißt aufhören vom kindergarten darum zu lungern schatten man das hatte da gemacht irgendwie nichts okay dann gehen wir doch mal ich dachte schon ist er hier wir sagen gar nichts ah scheiße sagt das oder wir sind gar nicht hier nein nein wir sind nicht hier wir sind nicht hier komm geh wieder weg 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 er soll weggehen ich sehe nichts er ist wieder weg gehen wir doch mal jetzt hier rein und jetzt schnell ist da hoch wir wissen da hoch ok ich denke man kann ihn laufen hören ich dachte das ist ein shotgun man kann ihn einfach so laufen hören ist das creepy immer wieder die shotgun in die hand wir sehen ob wir uns mit einer shotgun selber wegrichten wenn wir auf ihn schießen warte mal ich speichere mal ja wir können wieder speichern nach glück 8 jawohl ok das ist zugebuchert da geht nichts wieder diese komischen tonskulpturen ja der geht da unten immer noch irgendwo rum der ist genau unter uns ne da wollen wir ihn von hier sehen da taucht jetzt eh gleich nochmal irgendwo hinter uns auf safe wird lauter wird lauter und 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 Es hört sich an, als wäre es hinter der Wand. oder genau unter uns mysteriös mysteriös okay das hört sich wohl an schon wieder soundpack okay auch mal noch kurz darunter da irgendwas sehen ist ja nicht so was wenn wir von einem riesen monster und borken gejagt werden ich wusste es zwar ja klar ja ich hoffe, dass du dich gefunden hast, emily ich schaffe, dass es nicht zurückgeht er ist in meinem Kopf, wahn seine Brühe verwendet mir du sollst nicht kommen Oh! Ah! Ruth? Oh, Miss Hartwood, don't tell me you've been out swinging without me. Ruth, what is this place? Where are we? Have you never been to the Maccabean before? Goodness me! Tell me, Miss Hartwood, have you ever considered going out for an evening? Are we in New Orleans? Oh, who can tell anymore? I just went inside the Grand Parlor and suddenly here I am. The Grand Parlor? Can I get back to Dorsetto from here? Are you sure you want to? We could stay here and drink the night away. How about a gin fizz? If this is New Orleans, maybe I should go further. Find that magic show the book was talking about. But there was no address, just Craig's shipping company. Oh, is this about where Jeremy met the Dark Man? How do you know about that? Jeremy talked a lot about the Dark Man. I always felt a bit envious. How so? If an all-powerful entity showed me any interest, I'd at least hear him out. I'm sure he has plenty to offer. I don't think you'd want that, Ruth. We're too sweet for such darkness. Oh, please. What kind of blue nose do you take me for? I relish the darkness. I think it suits me. Emily. Emily is still full of trash. That's good. You don't happen to know how to find the Pregg's shipping company, do you? Of course. Their office is just over there. Woah, what happened? You just got lucky. A bientot, Mademoiselle Emily. Hey, do you know where my uncle is? No. But I bet your clothes... Okay. Also, we're going to play this game on any other hand. Drop me off in New Orleans. New Orleans, okay. New Orleans. Escape the Dark Man. We're going to play this game on any other hand as Detective. Let's see. We're going to play it. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Schumann, who held forth in public halls and aroused widespread fear wherever he performed. It was the sort of thrills my father sought out, especially if there was a promise of electrical trickery. The Norland's address of the event is lost, but I remember distinctly the Prext Shipping Company pressing their contribution in the morning papers. There were rumors of an Egyptian sarcophagus being a part of the act, something which kept me wondering how they had carried that up the seemingly endless stairs. The details of the showman's performance have almost been entirely replaced by dread, the kind that numbs and hides the terror of something unbearable. What is certain is that ever since that night, I can't remember a single day passing without seeing or sensing the presence of a dark man. Also ich find's ultra cool und ultra spannend, dass das was mit den alten Ägypten zu tun hat, ja, weil ich bin da auch sehr fasziniert drüber. Ich hab mich da auch schon sehr viel mit auseinander gesetzt und das ist einfach verdammt mystisch und verdammt spannend und wahrscheinlich der wahre Ursprung unserer menschlichen Geschichte. Und jetzt nicht nur seit paar tausend, sondern ein bisschen mehr. Ne? Also finde ich sehr, sehr cool. Das heißt, so dreckig ausschaut, sieht sie richtig verhaut aus, ne? Und dass sie so die ganze Zeit so komisch steht. Versteh ich nicht. T-Bag. Also, ich geh wieder. Da hinten sieht's bestimmt auch ganz schön aus. Talent Hill mäßig. Das ist der Sound wieder bugten. Oh, Mann. Das verstehe ich nicht so ganz, warum wir die Dinger nicht einfach aufnehmen können und die ganze Zeit ganz mitnehmen müssen. Was haben wir denn hier? The Flyer Title und Alkohol banned. Okay. Ah, die Prohibition. Prohibited. Wo ist er? Wo ist er? Ich hab' ich doch gehört. Na, naja, ich wusste es. Hey, du Ficker. Ah, cool. Komm her, du Fotzenreiter. Ah, noch einer. Ich fick' euch. Aha. Äh. 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 Ich kann's nicht mehr aufheben. Haben die das gefixt? Ey, warum fixen die das? Aber dann lasst du wieder wenigstens aufheben und... Ach, Mann. Das ist ja unfair. Das ist ja unfair, Alter. Ah, nice. Das ist ja unfair, Junge. Ich weiß schon. Ich weiß schon, ein fucking Besen gegen ne... Wo ist der Pisser? Ich hab' den fucking Besen gegen ne Spitzhacke getauscht. Ey, umgekehrt. Ist er da hinten? Ja. Ey, Mistbocke. Mistbocke. Komm her. Komm her, Mistbocke. So, das müsst ihr doch instant killen, oder? Was? Ah! Die Bocke ist schnell! Komm her! Ich hau dich mit meinem Besen kaputt, du Pisser! Du Pissbocke! Ah, noch eine Schaufel wieder. Wie geht das jetzt echt nicht mehr zum Tauschen? Ach, ist das einfach nur verbuggt. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. So, was haben wir denn hier jetzt? Okay. Maschinengewehrpatrone. Okay. Okay, ja, liebe Freunde. Gefällt mir. Aber, was mir noch mehr gefällt, ist die nächste Folge. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Nacht. Tag, was sonst bei euch ist. Wir rollen das Outro. Und, hey. Irgendwie, das Game... Also, es ist zwar... Schon ein bisschen Trash irgendwo, ne? Muss man sagen. Aber ich liebe es trotzdem. Also, wenn ich so eine Scheiße wie mit den Soundbugs und so passiert, ist es echt geil. Also, ein schönes Mystery-Game. Und das ganze Theme mit den alten Äquiptern finde ich auch ultra sick. Und damit, auf der Reim wir rollen das Outro. Ehm, dazu. Und wie份 drauf sind weinen? Also, спрос malen. Ich bitte immer mit ihm an Humphat, wo Din tro es sich bei dir eine Menge hinzu? Ich danke dir! licenkt Stream,